Es gab ein Volk unglaublicher Stärke unter der Sonne. Und eines Tages kam das Prachtgeschlecht von einem anderen Ort unter der Sonne und hat alles ermordet und erschlagen, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Erschossen, erschlagen, verbrannt. Wo kommt denn plötzlich der ganze Male Gaze her? Kannst du mal lüften? Die Hunde reißen, jaulen, die Osse ungeduldig schnauben. Meine Kriegerinnen sind mein Leben. Ich bin 22 Jahre alt, zweifache Mama, führe Vollzeit ein Heer bedeckt mit Schlangenhäuten. Nebenbei trage ich den Titel Unbesiegbare Königin, mache eine Weiterbildung zur Seherin beim Orakel Alpha Theresias und heute zeige ich euch, wie ein Tag in meinem Leben aussieht. von der Sitzel Unbesiegene